AfD, die Erfolgsgeschichte einer verfilmten Partei. Letztes Jahr hat sie ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Dieses Jahr steht sie vor entscheidenden Wahlen in Europa und im Osten. Gleichzeitig wird der Gegenwind immer stärker und stärker. Was macht diese Partei so erfolgreich und welche Gefahren lauern auf dem Weg nach oben? Darum geht es in unserer aktuellen Spezialausgabe. Und darum geht es in dieser Sendung mit wirklich hochkarätigen Gästen. Jetzt geht's los. Das war's. Ja, ich freue mich wirklich sehr auf diese Runde, die sich heute hier eingefunden hat im Studio. Marie-Therese Kaiser ist da, Model, patriotische Influencerin und Mitarbeiterin des Deutschen Bundestages für die AfD. Dr. Christoph Berndt ist bei uns, Spitzenkandidat der AfD bei der Landtagswahl in Brandenburg 2024. Und natürlich auch Fraktionschef der AfD im Landtag in Potsdam. Und Daniel Fiss ist bei uns, Politikanalyst, hat einen eigenen Blog, Feldzug.net, schreibt auch für die Sezession und hat für uns einen sehr guten Artikel geschrieben in dieser neuen AfD-Spezialausgabe. Freut mich sehr, dass ihr heute da seid. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Paul. Marie-Therese, man merkt ja derzeit, also in der heutigen Zeit, die Repression gegen die AfD, die nimmt wirklich ganz neue Ausmaße an. Und du stehst ja Anfang Mai erneut vor Gericht und zwar wegen Volksverhetzung. Was hast du da gemacht? Vermeintlicher Volksverhetzung, richtig. Also ich habe Berufung eingelegt. Ich wurde erstinstanzlich bereits verurteilt. Ich habe im Zuge der Afghanistan-Krise 2021 während der Bundestagswahl, als ich auch selber Direktkandidatin in Niedersachsen war, habe ich den Hamburger Bürgermeister gefragt, ob er eine Willkommenskultur für Gruppenvergewaltiger haben möchte. Denn es war de facto so, dass Peter Tschentscher sich hingestellt hat und gesagt hat, wir müssen sofort und völlig unbürokratisch alle aufnehmen, die sagen, sie wären eine Hilfskraft oder Ortskraft gewesen. Und es gab ja teilweise gar keine Belege dafür. Also es gab keine Verträge, die jetzt allgemeingültig waren als Nachweis. Und dann habe ich aufgearbeitet anhand von der BKA-Statistik und auch anderen Zeitungsartikeln, wie sich überhaupt die Kriminalität in Hamburg verteilt. Und da ist eben herausgekommen, dass die Afghanen in Hamburg überproportional repräsentiert sind bei Sexualstraftaten. Deswegen eben dieser Bezug zu den Gruppenvergewaltigungen, denn da sind die Afghanen an erster Stelle. Und das ist dann Volksverhetzung? Das ist Volksverhetzung, obwohl es eigentlich nur eine Frage an den Bürgermeister war. Wahnsinn. Also es kommt ja so viel zusammen derzeit. Die Woche natürlich ganz aktuell, der Mitarbeiter von Maximilian Krah wurde festgenommen in Dresden. Vorwurf chinesischer Spion sei er gewesen. Hinzu kommen ja die ganzen Vorwürfe, angebliche Zuwendungen aus Russland von pro-russischen Politikern. Herr Berndt, wie blicken Sie denn auf diesen vermeintlichen Korruptionsskandal? Ist das jetzt ein erneuter Angriff von außen oder ist das ein Problem von innen? Also für mich ist auf jeden Fall auffällig, das Ganze kommt ja ziemlich eng getaktet, kurz vor der Europawahl, im Europawahlkampf. Wie blicken Sie darauf? Ja, der größte Korruptionsskandal ist Cum-Ex. Und die Staatsanwältin, die den ermittelt hat, ist zurückgetreten, gestern oder heute, also vor wenigen Tagen. Und darüber wird kaum geredet. Es wird natürlich jetzt immer versucht, an der AfD am Zeuge zu flicken, Korruption. Der neueste Vorwurf ist, dass wir Vaterlandsverräter seien. Landesfeinde, muss man sich mal vorstellen. Also eigentlich ist es ja fast, man wird ja fast schon schäl angeguckt, wenn man eine schwarz-rot-goldene Fahne auf seinem Grundstück hisst. Aber jetzt auf einmal geht es darum, dass der Patriotismus verteidigt wird, indem man die AfD bekämpft. Nun, wir wussten ja alle, diese Wahlen 2024 sind ganz wichtige Wahlen. Wir wissen, dass wir die Chance haben, das erste Mal in Ländern in die Regierung zu kommen. Und wir sehen, dass das Establishment nicht bereit ist, das einfach hinzunehmen, sondern mit allen Mitteln dagegen arbeiten wird. Und es war klar, dass es da Aktionen geben wird. Es gab dieses Korrektivkomplott Potsdam mit diesen Aufmärschen gegen rechts. Es gibt den Aktionsplan von Nancy Faeser gegen rechts mit den Ungeheuerlichkeiten, die da vorgesehen sind, wo Menschen, die nicht straffällig sind, Gewerbeerlaubnis entzogen bekommen. Ein- und Ausreiseverbote, wir wissen alle, kennen diese Fälle. Und Ausspähung von Konten und dergleichen. Und in diese ganze Kaskade von Maßnahmen, um die AfD zu isolieren, zu deservuieren, um den Ruf der AfD zu zerstören, gehören eben diese ständigen Vorwürfe von Korruption, Vaterlandsverrat und dergleichen. Das wird kein Ende haben bis zu den Wahlen. Wir können ja mal auf den aktuellen Wahltrend schauen zur Europawahl. Der sieht aktuell so aus, also Stand 12. April. CDU bei 29,3 Prozent führt, die AfD dahinter mit 17,4 Prozent, dann die SPD 16,2, Grüne 13,3, bei BSW 5,7 Prozent vor der FDP mit 3,9 Prozent und so weiter und so fort. Daniel, du beschäftigst dich ja viel mit Demoskopie, aktuelle Wahltrends, Demografie. Denkst du denn, dass diese aktuelle Kampagne, sage ich mal, mit den ganzen Vorwürfen, ausländische Einflussnahme und so weiter, der AfD schaden könnte mit Blick auf die Europawahl? Grundsätzlich gilt ja erstmal die Regel, dass mit Außenpolitik noch nie irgendwelche Wahlkampfthemen oder ähnliches gewonnen wurden. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass eine derartig ähnliche Kampagne auch nicht wirklich verfangen wird. Wir haben das ja jetzt schon erlebt, dass mit dieser Korrektivkampagne ja auch kein wirklicher Erfolg seitens der etablierten Parteien erzielt wurde gegen die AfD. Denn die, das jetzige Abflachung von diesem hohen Trend, den man erst hatte, noch bis zum Anfang des Jahres, zwischen 22 bis 24 Prozent in der Spitze mit einem erweiterten Wählerpotenzial von bis zu 30 Prozent, dass das natürlich erstmal ein Mobilisierungsmaximum gewesen ist, was die Partei inne hatte. Wir haben aber auch gleichzeitig, dass mit der Korrektivkampagne eben auch das Bündnis Sarah Wagenknecht aufgetreten ist und auch schon da viele Politikwissenschaftler vorher prognostiziert haben, dass da Wählerwanderungen gewissermaßen stattfinden werden. Ich gehe aber davon aus zumindest, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht nach wie vor noch eine reine Blackbox ist, zumal die halt auch davon abhängig sind, dass sie die Wahlen hier im Osten in Ausrufezeichen setzen. Und die aktuelle Stand ist, in Sachsen musste der Landesparteitag abgesagt werden, weil zu wenig Kandidaten für die Liste zur Verfügung stehen. In Thüringen ist noch nicht mal ein Termin angesetzt und soweit ich weiß, glaube ich, in Brandenburg noch nicht mal ein Landesverband gegründet ist, formell. Ja Daniel, dazu würde ich mal gerne zwei Fragen stellen, wenn es möglich ist. Ja klar, logisch. Die erste Frage ist die, wir haben ja gesehen, 17 Prozent, du hast gesagt, es gab Feuer Ende letzten Jahres, Werte, die höher waren für die AfD, zwei, drei, vier, fünf Prozent höher waren. Die erste Frage ist die, ist das ein realer Rückgang oder hat es damit zu tun, dass nach der Korrektivkampagne und diesem verschärften Kampf gegen die AfD sich weniger Leute trauen, am Telefon in der Umfrage zu sagen, ich würde AfD wählen. Also ist es ein realer Effekt oder ist das sozusagen eine Maskierung des Verhaltens? Und das zweite ist, das würde mich auch interessieren, wie schätzt du das überhaupt ein mit Bündnis Sarah Wagenknecht? Also ich bin der Meinung, da gibt es ja die unterschiedlichsten Angaben von drei bis 17 Prozent oder weiß ich, was da alles kommt. Das kommt mir alles vor wie, ich weiß nicht, wie, nicht handfeste Angaben, auf die man sich nicht ordentlich verlassen kann, die nicht zum Letzten politisch motiviert sind, um sozusagen die Hoffnung zu erwecken, man könnte, es gäbe eine Alternative zur AfD. Und jetzt meine spezielle Frage ist... Da sind schon drei. Nee, 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 die bezieht sich aufs, ja es stimmt, aber die bezieht sich aufs Bündnis Sarah Wagenknecht, nämlich, hältst du es wirklich für denkbar, dass Menschen, die sich entschieden haben, die AfD zu wählen, im letzten Jahr haben wir einen großen Zulauf gehabt, dass die nochmal zurückgehen zum Bündnis Sarah Wagenknecht oder ist Bündnis Sarah Wagenknecht eher ein Angebot für diejenigen, die sich bisher noch nicht getraut haben, innerlich noch nicht getraut haben, AfD zu wählen, weil nach meinem Dafürhalten Sarah Wagenknecht eben auf halbem Weg weg ist von den etablierten Parteien, aber nicht so weit geht wie, natürlich nicht so weit geht, wie AfD. Also gibt es wirklich, ist es wirklich realistisch oder ist es nach deinen Erhebungen wahrscheinlich, dass AfD-Wähler zurückgehen zum Bündnis Sarah Wagenknecht oder speist sich Sarah Wagenknecht nicht aus Wählern, die bislang noch Altparteien gewählt haben? Also ich will es jetzt erstmal in dem Komplex Sarah Wagenknecht, weil das ja erstmal der umfassendste ist, beantworten. Es gibt eine Studienlage jetzt schon darüber, wie halt sich die Sympathisanten der einzelnen Parteien auch im Bündnis Sarah Wagenknecht zu welchen politischen Themen gewissermaßen positionieren. Das, was man bei Bündnis Sarah Wagenknecht vor allem sieht, ist gar nicht mal so der massive Effekt, dass sie AfD-Wähler mobilisiert, sondern vor allem eine weitere Entzerrung der linken Mitte. Also dass vor allem die SPD-Wählerschaft oder auch die alte Linkspartei hauptsächlich zu Sarah Wagenknecht gerade rüberwandern und dass sich daraus auch aus so einem alten, traditionellen, nostalgischen linken Brauchtum oder so einer Tradition, dass sich da die Wähler dann bei Sarah Wagenknecht auch wieder einfinden. Ich sage es immer wieder, dass die AfD hat ja, darauf werden wir sicherlich nachher nochmal zu sprechen kommen, diesen Markenkern und dieses Alleinstellungsmerkmal der Migrationskritik. Und jede neue Parteigründung braucht halt, um zu wachsen, um Emport zu schießen und auch ein Momentum zu haben, braucht immer einen gesellschaftlichen Konflikt, der irgendwo gerade da ist. Und auch eine Repräsentationslücke, die irgendwo thematisch im gesellschaftlichen Diskurs vorhanden ist. Die AfD hatte diese gesellschaftliche Lücke genutzt damals durch die Migrationskritik ab 2015. Und Sarah Wagenknecht hat aber wirklich kein zündendes Thema, wo nicht eine andere Partei schon den politischen und diskursiven Raum besetzt hat. Das ist eben ganz klar die Migrationskritik. Und das bleibt eben dann auch der AfD-Alleinstellungskern, wo das BSW nur schwerlich auch einen eigenen Standpunkt entwickeln kann. Man hat ja in der Startphase, war zum Beispiel zur Migration gar nichts auf der Webseite von Sarah Wagenknecht zu lesen gewesen. Das Wirtschaftsprogramm, was dort irgendwie dann so eine Art Linkskonservatismus auch darstellen sollte, das lässt sich auch eins zu eins mit ein paar CDU-Phrasen und Positionspapieren darstellen. Das Einzige, wo man sagen könnte, okay, da hätte man vielleicht noch ein Alleinstellungsmerkmal gehabt, wäre wirklich diese Friedenspolitik gewesen, womit Sarah Wagenknecht dann auch nach vorne prischt, wo ja die AfD auch selber ja innerparteilich gewisse Spannungen hat zwischen Transatlantiker und dann eben doch vielleicht Vertreter einer multipolaren Weltordnung. Und da ist aber, glaube ich, das Momentum weg. Das hätte man vielleicht, diese Friedenspolitik, jetzt sieht man eben, der Ukraine kriegt, der wird wahrscheinlich, mein, dafür halt in den nächsten Monaten sicherlich enden, ja, indem die Frontlinie der Ukraine dann zusammenbrechen wird und kollabieren wird. Und das aber, dieses thematische Momentum, das war vielleicht da, als sie diese Kundgebung mit Alice Schwarzer, jetzt hätte ich schon Weidel fast gesagt, mit Alice Schwarzer vor dem Brandenburger Tor hatte. Die wollte sie nicht haben. Wenn sie auf dieser Kundgebung verkündet hätte, sie gründet jetzt die Partei und ab morgen steht die Webseite und das Mobilisierungsvideo zur Verfügung, dann wäre es wirklich ein Momentum gewesen, das man hätte nutzen können. Das hat sie verschlafen und dementsprechend bin ich da eher skeptisch, dass sich dieses Bündnis dann auch im diskursiven Raum durchsetzen wird. Wo wir gerade bei der Konkurrenzsituation sind, gerade an die AfD-Politiker gerichtet, seht ihr denn die Werteunion als Bedrohung von Hans-Georg Maaßen? Ne, überhaupt nicht. Also ich glaube, die haben sich selbst so diskreditiert, weil sie ja auch wirklich so einen wankelmütigen Kurs immer wieder gefahren sind und dann doch wieder zurück zur CDU wollten, beziehungsweise da versucht haben, sich wieder anzunähern. Auf der anderen Seite dann aber eben doch immer wieder Kritik geäußert haben. Also ich glaube, die kann man nicht ernst nehmen. Ich glaube, auch schlechter kann man nicht starten, als zu sagen, ich gründe mich raus aus der CDU, aber mein Premiumpartner ist die CDU. Also wer sowas sagt, der kann nicht ernst genommen werden. Hans-Georg Maaßen hat jetzt irgendwie versucht zu korrigieren und gesagt, also Abgrenzung gegen die AfD war ja auch so ein Thema, nicht mit der AfD. Übrigens, ich glaube, das ist überhaupt das Kriterium heutzutage. Wer sich von der AfD abgrenzt, der sagt offen, er will, dass es nicht besser wird, sondern immer weiter schlechter geht. Das ist ganz klar, ob das Wagenknecht ist oder Werteunion. Und ich glaube auch nicht, dass die das noch reparieren können. Oder Daniel, siehst du da noch Chancen? Nee, also dieses ganze Bündnis, Quatsch, Bündnis, Werteunion, das war von vornherein, hatte schon so ein gewisses Meme-Potenzial einfach auch gehabt. Also allein die Parteigründung da in Bonn, wo man dann irgendwie symbolisch noch an die alte Bundesrepublik anknüpfen wollte, das hat schon alles so ein bisschen nach alter Raufasertapete mit Mustern und so ein bisschen gerochen. Also das war schon absolut miefig gewesen. Und dann halt natürlich dieser Punkt mit der Premium-Partnerschaft, auch wenn ich von dem Mann jetzt nicht allzu viel halte, von Dr. Markus Krall hat das aber recht gut zusammengefasst, indem er sagte, wer würde denn sagen, dass sein Ex-Partner oder seine Ex-Partnerin ein Premium-Partner gewesen ist. Ja, also es ist ja doch so, dass man sich ja nicht ohne Grund getrennt hat, aufs Politische übertragen. Und ja, also das war einfach, man hat halt gemerkt, da wird halt irgendwie so ein neuer Aufguss der alten Bundesrepublik soll dort stattfinden. Aber es hat halt im Endeffekt auch keine wirkliche Substanz gehabt, die irgendwie zukunftsgerichtet war. Und ja, es gibt sicherlich einen gewissen Markt dafür, der sich ja auch in der Publizistik und so widerspiegelt, wo man jetzt gegen die Woken ankämpft. Aber wirklich eine Partei, die die Zukunft gewinnen will, ist die Wertunion ja auf gar keinen Fall. In der Spezialausgabe geht es auch ein bisschen um die Geschichte der AfD, die ja sehr wechselhaft ist mit Höhen und Tiefen und so weiter. Deswegen wollte ich auch mal zurückblicken, gerade bei euch AfD-Mitgliedern, was hat euch damals bewogen, in die AfD einzutreten? Bei dir habe ich gelesen, Marie-Therese, du warst als Kind 2002 schon Darstellerin in einem CDU-Wahlwerbespot für Edmund Stoiber. Nein, das ist ganz schlecht. Das war aber eine Erklärung. Bei Stoiber ist es vielleicht noch gerade so. Und du hast sogar CDU gewählt bei deiner ersten Wahl. Bei meiner ersten Wahl habe ich CDU gewählt, das ist richtig. Ich war ja damals auch Mitglied in der Jungen Union. Das kam von meiner Mutter, die war 11,5 Jahre lang in der CDU selber auch aktiv und ist inzwischen genauso wie auch mein Vater ebenfalls in die AfD eingetreten und das auch schon vor Jahren jetzt. Also die sind aktiv dabei bei mir im Kreisvorstand in Rotenburg-Wimme. Und es war bei mir tatsächlich 2015 die Migrations- und Flüchtlingskrise, die dazu geführt hat, dass ich die Entscheidung getroffen habe, aus der Jungen Union auszutreten und der CDU auch ein für alle Mal den Rücken zu kehren. Also das war für mich nicht so eine schwere Entscheidung, sondern ich habe gesagt, das geht nicht. Das ist ein absolutes K.O.-Kriterium und da verabschiede ich mich jetzt. Und dann habe ich natürlich geschaut zur Bundestagswahl, ja gut, was für eine Alternative hat man? Da bleibt ja gar nicht viel. Und mein Vater hatte mich dann auf die Idee gebracht, Mensch, da gibt es so eine neue Partei, die ist noch relativ jung, schau dir doch vielleicht auch mal das Programm von denen an. Und das habe ich dann gemacht, das war die AfD. Und ich habe mich dort sofort wiedergefunden. Also ich habe wirklich das ganze Parteiprogramm von vorne bis hinten gelesen. Ich habe es übrigens auch von der Linken und von den Grünen gelesen, einfach um den Vergleich zu haben. Und dann bin ich neugierig geworden. Mensch, die Leute von der AfD, die werden öffentlich so diffamiert, dann schaue ich mir doch mal eine Veranstaltung an und gucke mal, was da so für Publikum ist, was das für Leute sind, die da auf der Bühne stehen. Hör mir die Inhalte der Reden an und achte mal wirklich darauf, was wird eigentlich gesagt. Und ja, bei der ersten Veranstaltung, das war damals mit Dr. Bernd Baumann und Dr. Alexander Gauland in Hamburg, da habe ich meinen Mitgliedsantrag ausgefüllt. Ich bin also sofort Mitglied geworden. Ja. Und jetzt bist du ja ein medial ziemlich präsentes Gesicht der Partei auch und kriegst dementsprechend auch viel Hass ab. Ich habe da mal hier eine Nachricht zum Beispiel rausgesucht. Höcke soll sterben, der dumme Nuttensohn. Und ja, den Rest kann man ja lesen, muss ich jetzt nicht sagen. Also gegen dich gerichtet auf X. Und dann habe ich auch ein Video gefunden, das können wir auch mal zeigen. Das ist ja schon heftig, also ein Wahlplakat von dir, wo dann so ein Typ, vermutlich Antifa, mit einem Messer drauf einsticht. Hier auch nochmal eine Nachricht auf Instagram, wo es um deinen Beruf geht, also dass du quasi angeschwärzt wirst bei Arbeitgebern. Wie gehst du damit um, mit dem ganzen Druck, mit dem Hass, den man da abbekommt als AfD-Gesicht? Ich glaube, bei vielen AfD-Mitgliedern ist es so, dass wir das als Ansporn nehmen, wenn es eben keine konstruktive Kritik ist, dass wir wirklich sagen, na gut, da scheinen wir ins Schwarze getroffen zu haben. Also warum fühlen diese Menschen sich durch unsere Position, die wir ja komplett sachlich vertreten, und gerade wir, wir begeben uns ja auch inhaltlich immer wieder in den Austausch und stellen uns an die Infostände, aber erfahren ja eben sehr viel Aggression und Hass. Und ja, da muss man dann schon irgendwo abwägen, warum fühlen die sich so getriggert? Um jetzt mal wieder bei den Anglizismen zu sein, wir hatten vorhin schon mal außerhalb der Kamera drüber gesprochen, aber ja. Also für mich persönlich ist das irgendwo ein Ansporn. Ich nutze das für mich und ich orientiere mich auch eher an den positiven Erlebnissen. Ich habe sehr viele gute Gespräche an Infoständen und auf Veranstaltungen. Ich merke, dass gerade Leute aus dem Mittelstand dankbar dafür sind, dass sich Leute in den Vordergrund trauen und sich für ihre Bedürfnisse einsetzen politisch. Denn das kann sich ja auch gar nicht jeder leisten. Ich meine, wir haben es alle erlebt mit den Repressalien. Wir haben vorhin hier auch eingeblendet, wie eben meine Auftraggeber als Model angeschrieben werden. Ich habe alle Agenturen verloren damals, als ich öffentlich in den Medien war, das erste Mal als AfD-Mitglied und damals ja auch noch Merkel-muss-weg-Demonstrantin. Das ist eben schon auch eine Situation, die man sich erlauben wollen muss. Ja. Herr Bernd, Sie sind ja noch gar nicht so lange in der Partei. Sie kommen ja eigentlich von der Straße, kann man sagen. Also nicht als Obdachloser, sondern von der Straßenbewegung. Zukunft Heimat hatten Sie damals. Und Sie haben lange gezögert einzutreten. Bevor Sie es dann, glaube ich, 2017 gemacht haben. Warum haben Sie gezögert? Also erst mal, es ist dann schon doch ein paar Jahre, mittlerweile sind es schon über sechs Jahre. Ja, genau, Zeit war geht schnell. Ja, ich habe gezögert und zwar deswegen, weil ich, also ich bin auch ein 2015er. Also ein bisschen vor der Grenzöffnung noch, weil bei uns im Dorf, da im Nachbardorf, wurde ein Asylantenheim eingerichtet. Und das hat mich sozusagen wach gemacht, weil wenn man, also die unmittelbare Betroffenheit natürlich ein Ansporn ist. Wir haben mit allen möglichen Verantwortlichen geredet, im Kreis, im Kreistag und in der Stadt, die von allen möglichen Parteien waren. Und ich habe ganz schnell gemerkt, dass die alle nur reden, damit wir Dampf ablassen können und keine Sekunde daran denken, irgendwas an ihrem Asylantenheim zu ändern. So und dann die Einzigen, mit denen man gut reden konnte und die auch versucht haben, uns zu unterstützen, das waren die Leute von der AfD. Und eigentlich hätte ich dann schon in die AfD gehen sollen oder wollen, aber ich habe eben gezögert, weil die Parteien ihre eigenen Gesetze haben. Wir wissen, das Gesetz der Oligarchisierung, Parteien laufen Gefahr oder laufen darauf hin, irgendwann zum Selbstzweck zu werden. Die bilden ihre Strukturen aus ihrer Organisation, ihren Apparat, ihre Führungsschichten und die entwickeln Eigeninteressen. Und da ist es dann immer wichtig, dass es dann immer wieder Ansporn von außen gibt, Input hätte ich fast gesagt, Einfluss von außen gibt, der die Partei lebendig erhält. Und das ist mir nochmal ein wichtiger Punkt. Also ich habe mich dann durchgerungen, doch in die Partei zu gehen, weil ich gesagt habe, in der Situation der Bundesrepublik Parteienstaat, es ist ein Parteienstaat, da können die noch so viel schimpfen, wie wir wollen. Bei dieser gewaltigen Macht und Übermacht der Parteien brauchen wir auch das Mittel der Partei, um diesem Parteienstaat entgegenzutreten. Wir brauchen die Parteien, um den Einfluss der Parteien, wir brauchen die Partei, um den Einfluss der Parteien zu begrenzen, auf ein erträgliches Maß. Wir brauchen die Möglichkeiten, die organisatorische Kraft und die Möglichkeiten der Partei, auch der Fraktionen in den Parlamenten. Bürgerbewegungen alleine, wie ich es gemacht habe, schaffen das nicht, denn Bürgerbewegungen haben den Vorteil, dass sie sehr schnell entstehen können, aber genauso schnell untergehen können. Die Partei hat eine festere Ordnung, ein festeres Gefüge und damit eine größere Kraft. Und jetzt kommt es eben darauf an, diese größere Kraft, dieses festere Gefüge einzusetzen, ohne die eigenen Ziele dabei aus dem Auge zu verlieren und ganz schnell zum Selbstzweck zu werden. Und da glaube ich, da haben wir auch Glück gehabt als AfD. Wir haben 2015, 2015 hat die AfD Glück gehabt durch diese Flüchtlingskrise, weil dann eben viele Leute aus den Bürgerbewegungen, Marie-Thérèse, ich auch, zur AfD gekommen sind. Aber es ging ja weiter. 2020, diese Corona-Protest, die Bürgerrechtsbewegung, Corona-Protest war ja im Wesentlichen Bürgerrechtsbewegung. Da sind ganz viele, die kritisch waren gegen den Wahnsinn der Corona-Maßnahmen und die Willkür der Corona-Maßnahmen, haben zur AfD gefunden, weil wir relativ rasch, nicht sofort, aber ziemlich rasch als AfD uns um die Position bezogen haben. Wir haben klar gesagt, dass das Unrecht und Willkür ist. Wir haben klar gesagt, dass diese Panikmache keine wissenschaftliche Grundlage hat. Und an der Stelle interessant, hier gibt es ein sehr interessantes Porträt über Sie in dem Heft. Sie sind ja zweifach promoviert und waren sogar an der Berliner Charité. Ich habe zwei Approbationen, nicht zwei Promotionen, aber dieses Wissen konnte ich nutzen, natürlich. Und da sind eben viele Leute zu uns gekommen, die früher die AfD nicht angeguckt hätten wegen der ganzen Vorbehalte und der ganzen Diffamierung und Dämonisierung der AfD. Und die haben dann eben gemerkt, über unseren Corona-Protest, darüber, dass wir auch mitgegangen sind bei den Corona-Spaziergängen, dass wir die unterstützt haben mit unseren organisatorischen Möglichkeiten, dass wir eben keine Verbrecher sind, wie man uns immer darstellt. Und das ging weiter. Also Corona, da haben wir einen großen, da haben wir wirklich einen Mitgliederzuwachs, aber auch dann jetzt die Frage Friedenspolitik, Ukraine, Ukraine-Krieg, Sanktionspolitik. Auch da sind wir, haben wir als AfD, ja, es gibt da unterschiedliche Strömungen und da gibt es Spannung innerhalb der AfD, aber wir haben, wir sind eben die Partei, die deutlich macht, es gibt auch nationale deutsche Interessen, die sind, glaube ich, die Einzigen, die das sagen. Und unser nationales Interesse, das sagen wir zumindest im Osten, aber ich glaube, das sagen auch viele Verbände im Westen, ist es nicht, weitere Waffen zu liefern und den Krieg zu eskalieren. Unser Interesse ist Frieden, ordentliche Wirtschaftsbeziehungen, auch mit Russland. So, und auch das führt dazu, dass wir neue Mitglieder bekommen, neue Mitglieder bekommen haben und wir haben ja seit Sommer letzten Jahres einen großen Mitgliederzuwachs überall, nicht nur im Osten, sondern auch im Westen. Wirklich, das sind zum Teil 30, 40, 50 Prozent mehr Mitglieder als vorher noch. Das sind neue Mitglieder und das ist etwas ganz Wichtiges für uns, weil nämlich diese neuen Mitglieder mit ihrer neuen Sichtweise uns genau diese Proteste gegen die Migrationspolitik gebracht haben, die Proteste gegen die Einschränkung der Bürgerrechte, den Willen, Friedenspolitik zu betreiben. Das ist ein ideeller und auch ein personeller Zufluss, der uns davor bewahrt hat, zu vergreisen und eine Altpartei zu werden. So, und wir sind derzeit in einem, auch in Brandenburg, überall, glaube ich, in ganz Deutschland, in einem Zustand, wo wir ein ganz gutes Gleichgewicht haben zwischen Strukturen, die sich schon deutlicher herausgebildet haben als in den 2010er Jahren, also aber auf der anderen Seite noch einer rebellischen Basis. Das heißt, wenn da Kreisverbände oder Landesverbände beim EU-Parteitag oder auf dem Landesparteitag Vorschläge machen, wie man Listen aufstellen könnte, dann ist die Basis bereit, vielen Vorschlägen zu folgen, aber nicht grenzenlos. Da gibt es auch immer wieder Kandidaten oder Abstimmungen, die anders ausgehen, als sich das die Führungen gedacht haben. Das heißt, die Basis ist noch lebendig genug, nicht einfach klatschhasend zu sein, wie es bei der CDU oder in anderen Parteien ist. Also, wenn wir diesen Zustand möglichst lange halten können, dann ist die AfD ein sehr gutes Instrument, was uns dabei hilft, dass unser Land nicht vor die Hunde geht, sondern dass wir unser Land zurückgewinnen. Die Frage ist ja, wie stabil ist das Ganze? Also Daniel, die AfD erhebt ja den Anspruch, Volkspartei zu sein. Die Frage ist, ist das jetzt nur so eine Entwicklung gespeist durch die ganzen Protestwellen oder hat die AfD mittlerweile so ein stabiles Niveau erreicht, was sie auch in der Zukunft halten kann? Also das kann man auch teilweise durch verschiedene Studienlagen nachvollziehen. Ich habe jetzt hier auf dem Hinweg noch eine Studie der Bertelsmann Stiftung gelesen, wo man schon ziemlich deutlich auch erkennt, also selbst wenn man jetzt das diese Schwankungsbreite zwischen diesen 24 Prozent und jetzt 17, 18 Prozent in dem Bereich sieht, dass nichtsdestotrotz erkennbar ist, dass es zu einer Normalisierung in bestimmten Milieus, gesellschaftlichen Milieus auch gekommen ist. Wir haben zum Beispiel dieses schöne Modell der sogenannten Sinus-Milieus, in denen halt anhand einer Achse zwischen sozioökonomischem Status, also Einkommen, Berufsausbildung und Ähnlichem und einer sozio-kulturellen, also ob man eher liberal oder konservativ eingestellt ist, verschiedene Milieus abbilden kann. Und da war die AfD meistens über die Anfangsjahre recht stark in den sogenannten prekären Milieus, die halt etwas sozial schwächer ausgestaltet waren und eher so einer konservativ-bürgerlichen Mitte. Aber jetzt sieht man eben doch sehr deutlich, dass in den letzten zwei Jahren nur man deutliche Zuwächse bekommen hat in der sogenannten pragmatischen Mitte, also einem klassischen Bürgertum kann man sich das vorstellen, die halt Haus, Hof und Heim haben, in so einer Einfamilienhaussiedlung wohnen, die halt jetzt nicht wollen, dass sie ihren Diesel nicht mehr fahren können bald oder dass es nicht mehr leistbar ist, dass sie weiterhin sich ein Haus leisten können, dass sie eine Familie gründen können, dass sie auch in der Lage sind, noch genügend Geld übrig zu haben, um auch mal in den Urlaub zu fahren und dass diese Inflation halt nicht das gesamte Ersparte wegfrisst. Das sind jetzt auch für die Leute sehr plastische und konkrete Probleme geworden, die bis in diese Mittelschicht hineinreicht, die über die letzten Jahre eigentlich immer recht stabil gewesen ist, aber die eben durch diese Energiekrise, durch diese Inflationspolitik immer stärker unter Bedrängnis ist. Und gerade heute frisch reingekommen, ja auch eine neue Entwicklung, dass die AfD inzwischen 22 Prozent abbildet bei der Parteipräferenz zwischen den 14- bis 29-Jährigen. Man muss sich das mal vorstellen, vor zwei Jahren lag dieser Wert noch bei 9 Prozent. Also was für ein Wachstum wir da einfach nachvollziehen können, von, jetzt muss ich im Kopf schnell rechnen, 14 Prozent plus, ja, ist das schon enorm. Genauso haben wir dann in diesen Mittemilieus, diese bürgerliche Mitte, diese adaptiv-pragmatische Mitte, flexible Mitte, sehen wir eben ziemlich deutlich, wie da auch Verschiebungen stattgefunden haben, wo die AfD teilweise ein Plus in der Wählerzustimmung von 22 bis 24 Prozent bekommen hat und die Ampelparteien bis zu 20 Prozent verloren haben. Und da sieht man auch sehr schön, dass gerade auf dieser Einkommensachse in diesen Silos-Milieu-Darstellungen, dass die gehobenen Klassen, ja, also vor allem so ein urbanes Großstadtmilieu, ja, wohl situiert, irgendwie im Beamtenapparat oder so beschäftigt, so als dieses klassische Bild, will ich jetzt niemandem zu nahe treten, ja, gibt es natürlich auch bei uns Leute in der AfD, die Beamte oder Ähnliches sind, aber man sieht halt schon an diesem plastischen Beispiel, dass in den oberen Milieus, da haben die Altparteien noch eine gute Grundlage von 70 Prozent, können dort die Ampelparteien mit der CDU abbilden. Aber in den Milieus, wie zum Beispiel der klassischen, konservativ-nostalgisch-eingestellten bürgerlichen Mitte, dort kann die AfD inzwischen Mehrheiten in bestimmten gesellschaftlichen Milieus organisieren. Und ich glaube, die wichtige Aufgabe, was ich auch immer jetzt in meinen Texten viel appelliert habe, ist gar nicht mal so sehr, dass man das Wählerpotenzial und die Wählerzustimmung in den nächsten Jahren unbedingt um jeden Preis immer weiter höher skalieren muss. Dass man jetzt schon in den nächsten zwei Jahren irgendwie an die 25, 30 Prozent oder ähnliches denken muss, sondern ich denke mir, dass es vielleicht wichtiger ist, jetzt auch dieses rasante Wachstum, was man jetzt mitbekommen hat, da mal eine Frischhaltefolie rüberzulegen und das halt Um es zu erhalten. Um es zu erhalten. Um es einfach zu sichern, daraus dann auch Strukturen aufzubauen, was man dann hat, lokal sich zu engagieren, da die Leute anbinden, zu Mitgliedern transformieren, von Wählern zu Mitgliedern und diese Strukturen einfach aufzubauen und zu stärken. Und ich kann dazu auch kurz was bei mir aus dem Kreisverband berichten, denn wir stagnierten lange, lange Zeit bei um die 40 Mitgliedern und haben uns jetzt in kürzester Zeit mehr als verdoppelt. Das heißt, man muss ja auch erst mal schauen, dass man dem Ganzen hinterherkommt. Man muss die Leute einbinden. Die wollen auch irgendwie mitgenommen werden, abgeholt werden. Und ja, jetzt haben wir auch noch das Problem, dass wir zum Beispiel in Rotenburg gar keine Veranstaltung mehr machen können, weil uns die Räumlichkeiten fehlen. Das heißt, es hängt an wenigen Leuten, die schon länger dabei sind, jetzt diese ganzen neuen Mitglieder auch irgendwo aufzufangen. Und das ist ein ganz schöner Arbeitsaufwand. Ja, aber das würde ich noch sagen, es gibt natürlich, das ist ganz richtig, was du beschrieben hast, Daniel, und klar sollten wir versuchen zu konsolidieren, das, was wir an zu, und der Zuwachs ist gewaltig eben, so wie es Marie gesagt hat, einzubinden und in vernünftige Bahnen zu lenken. Aber wir sind ja immer in dem Wettlauf der wachsenden Stärke und der besseren Organisation gegenüber der fortschreitenden Zerstörung unseres Landes. Das macht uns eben auch ungeduldig. Also wir sehen, die Migration geht unvermindert fort, da werden überall her eingeflogen und man hat jetzt das Gefühl, dass es von Woche zu Woche verrückter wird im Land und von Woche zu Woche die Substanz mehr verbraucht wird. Das ist dann schwierig, weil natürlich auch die Ungeduld wegsagt, wir müssen doch mal was tun und wir müssen doch mal was ändern und wir müssen doch jetzt mal in die Regierung kommen. Es ist schwierig, aber dennoch habt ihr recht und ich glaube auch, wir haben schon noch ein paar Jahre Zeit, auch Deutschland noch zu retten. Also wenn wir es in diesem Jahr irgendwie in die Regierung schaffen, ist es sehr gut, aber wenn es dann Altparteien, Altparteien, Altparteienbündnisse gegen die AfD gibt, die verhindern, dass Björn Höcke Ministerpräsident wird im Jahre 2024, dann geht die Welt nicht unter, diese Bündnisse werden nicht stabil sein. Umso besser, glaube ich. Richtig und das wird uns dann noch stärker machen und ob solche Bündnisse dann fünf Jahre halten, das ist auch noch die Frage und es könnte schon sein, dass dann zur Bundestagswahl 25 ja nochmal gewaltige Bewegungen ins Land kommen. Also das heißt, ich würde mal sagen, wir streben an, überall stärkste Kraft zu werden, wir streben an, endlich mal was auch mit Macht verändern zu können, wenn es das jetzt in den kommenden Monaten nicht gelingt, dann müssen wir nicht resignieren, obwohl die Ungeduld sehr groß ist. Der wollte ich nochmal Ausdruck geben, ich empfehle die selber auch. Weil du gerade die Jungwähler angesprochen hast auch, es gab ja Mitte März den Parteitag in Jüterbock von der AfD Brandenburg, den ich sehr beachtlich fand, also mit beachtlichen Resultaten. Zum Beispiel gab es einen Solidaritätsantrag für die junge Alternative, die ja dieses Jahr als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden ist und dem hat, glaube ich, beinahe der ganze Parteitag zugestimmt. Warum war das für Sie wichtig, sowas einzubringen und dem auch zuzustimmen? Naja, weil es ganz klar ist, dass zu diesem ganzen Kampf gegen Rechts und der Diffamierung der AfD eben dazu gehört, uns als rechtsextrem zu brandmarken und das fängt an erstmal mit allen Vorfeldorganisationen, dass die als rechtsextrem erklärt werden. Ich erlebe das ja selber, also ich bin seit 2015 dabei, wir haben Zukunft Heimat gegründet, rechtsextrem, ich war bei Pegida, rechtsextrem, ich war bei Kompakt, rechtsextrem, ich war in Schnellroder, rechtsextrem, sondern alle, mit denen wir zu tun haben, sind mittlerweile vom Verfassungsschutz für rechtsextrem erklärt worden. Dann sagt man hier, ihr habt nur mit rechtsextrem zu tun, ihr seid auch rechtsextrem. Also irgendwann Ende April jetzt, das heißt in einer Woche oder so, glaube ich, wird der Verfassungsschutzbericht in Brandenburg auch veröffentlicht werden. Ich erwarte, dass auch wir dann endlich mal gesichert rechtsextrem sind. Schändlicherweise sind wir immer noch immer nur Verdachtsfall im Gegensatz zu Sachsen und Thüringen. Also das wird kommen. Und wie geht man damit um? Wie geht man damit um? Wir denken überhaupt nicht daran, uns zu distanzieren. Also wenn wir uns distanzieren würden, wenn wir sagen, die sind wirklich ganz schlimm, mit denen nicht und dann seid ihr vielleicht gut zu uns, lieber Verfassungsschutz oder liebe Frau Faeser. Das ist doch lächerlich. Das ist lächerlich, eine lächerliche Illusion. Es geht ja nicht darum, dass wir, dass irgendeiner von uns wirklich rechtsextrem wäre. Das sind Mittel, das sind Etiketten, die benutzt werden, um uns zu verteufeln, um die Wähler von uns abzuhalten und um Repressionen gegen uns auf den Weg zu bringen. Wenn man das weiß, dann weiß man auch, dass eine Distanzierung überhaupt nicht hilft. Das wird überhaupt nicht helfen. Wir könnten uns von allen distanzieren und würden trotzdem als AfD verfolgt werden, würden trotzdem als gesicherte Rechtsextreme eingestetzt werden. Und es gibt also keinen inhaltlichen Grund, es gibt auch keinen taktischen Grund. Einzige, was hilft, ist, wenn man sagt, ihr könnt uns dieses Zeug übernehmen, wir nicht. Wir wissen, dass der Verfassungsschutz nicht unabhängig ist. Wir wissen, dass diese Einschätzungen nicht auf einer objektiven Analyse beruhen, sondern willkürlich sind, politisch motiviert sind und ihr seid unsere politischen Gegner. Das ist ein Mittel im politischen Kampf. Als solches wehren wir es und wir wehren uns dagegen. Und das Beste, was wir tun können, um uns zu wehren, ist, dass wir zusammenhalten, dass wir uns nicht spalten lassen, sondern dass wir wirklich miteinander solidarisch sind, die Kräfte vereinen. Also was ja da auffällt, Daniel, die AfD Brandenburg hat sich solidarisch erklärt, aber die Bundesspitze, die hat sich bisher ziemlich in Schweigen gehüllt, was die junge Alternative betrifft. Erkennst du da den Ansatz, dass diese Strategie der Spaltung anscheinend doch ein bisschen funktioniert? Das ist jetzt schwierig. Ich will natürlich jetzt auch nicht zu sehr die Bundesspitze in Schutz nehmen, vor allem, weil ich ja hier als der Nichtparteivertreter ja auch eigentlich ein bisschen mehr Freiheiten hätte, die Partei auch zu kritisieren. Nichtsdestotrotz, klar, die Bundesspitze führt ja gerade auch ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster gegen den Verfassungsschutz, um eben aus der Beobachtung rauszukommen. Hält sich da entsprechend auch bei einigen Sachen zurück. Ob das jetzt nun die richtige Strategie ist, weiß ich nicht wirklich. Aber man muss ja immer sehen, als was betrachtet man die JA? Was hat sie eigentlich für eine Rolle? Und ich versuche das immer gerne so darzustellen, wie so ein, die JA ist eigentlich ein politisches Labor einer Partei, also jede Jugendorganisation. Ja, da ist es so ein Experimentierraum, da knallt es auch mal sicherlich, ja, und da misslingt vielleicht auch mal ein Experiment. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, um in diesem Labor auch eine Forschung voranzutreiben, aus der die Partei auch profitieren kann, ja, aus der dann halt auch Leute etwas lernen, aus der sie dann auch was mit in die Partei nehmen, neue Sachen ausprobieren, programmatisch vielleicht auch mal etwas weitergehen in gewissen Punkten. Und wenn man diese Rolle der JA verstanden hat, dann verstehe ich auch nicht, warum man sich dann auch nicht ein Mindestmaß an Solidarität gegenüber der JA verhalten kann. Bundesvorstand, ja, gibt es da sicherlich einige Problemfälle, die da der JA noch ein bisschen die Solidarität verweigern und sie auch ein bisschen als ein Anhängsel sehen, was immer wieder Probleme bereitet. Aber woran liegt das eigentlich, also dass man die JA als schwer kontrollierbar einschätzt oder was ist deine Einschätzung? Ja, ich gehe davon aus, dass es natürlich einerseits mit der Beobachtung zusammenhängt, weil die JA ja als Parteigremium glaube ich als allererstes unter Beobachtungsstatus stand. Das ist ja schon auch ein paar Jährchen her jetzt gewesen, wo die da auch das Verfahren von dem Verwaltungsgericht in Berlin geführt haben und dementsprechend ja diese Kontaminierung der JA als Verdachtsfall rechtsextrem, gesichert rechtsextrem immer schon vorhanden gewesen ist. Aber eine wirklich konsistente Begründung findet man da nicht und das ist richtig, was Christoph eben gerade gesagt hat, dass man immer denkt, man könnte, indem man diesen einen Spielball, den man in der Partei hat, wenn man den einfach zur Seite nimmt, dass dann der Verfassungsschutz keine Angriffsfläche mehr hätte, um die Partei zu attackieren. Das ist halt eben der Trugschluss. Man muss einfach so ein Verständnis in der Partei entwickeln, dass man einerseits natürlich nicht jede politische Dummheit mitmachen muss, ja, also dass es die Partei sicherlich sich auch eigene Grenzen setzen muss, andererseits aber eben Distanzierungen oder ähnliches ausschließlich mit inhaltlicher Begründung zu erfolgen haben und nicht auf Grundlage eines Urteils des Verfassungsschutzes. Und da muss man dann eben auch nachvollziehen können und da habe ich leider Gottes, das sage ich jetzt mal so hart, manchmal den Eindruck auch bei einigen Bundesvorstandsmitgliedern, dass die ein wenig lesefaul sind, dass sie die Gutachten und die die Urteile des Verfassungsschutzes nicht lesen. Ja, also das heißt, sie wissen nicht, worum es eigentlich geht, dass es da um einen ethnischen Volksbegriff geht, der tatsächlich mit eine Grundkonstante ist des Staatsbürgerwesen und auch des Ethnos, wie man ihn definiert im Deutschtum. Und daran merkt man eben ziemlich deutlich, dass es in der AfD oftmals auch ein großes Problem einfach damit gibt, dass die Leute, die Sachen, die dann tatsächlich in der Substanz vorgetragen werden vom Verfassungsschutz, dass diese nicht gelesen werden, dass diese nicht argumentativ zurückgewiesen werden und auch nicht durchdacht werden. Gut, aber es gibt ja trotzdem, die AfD ist eine große Partei, also eine große Ansammlung von Menschen und da ist nichts perfekt und trotzdem sind wir auch in dieser Frage, denke ich, vorangekommen. Also wir sind ja weit über dieses Stadium hinaus, wo Jörg Meuthen als Bundessprecher die Partei von oben angegriffen und attackiert hat und ich meine, das macht der jetzige Bundesvorstand nicht und dafür wollen wir ihn auch mal an der Stelle kurz loben. Ja, ich habe nachher noch einen Kritikpunkt, aber Marie, du hast ja auch Kontakt zur jungen Alternative, bist auf Social Media unterwegs, Insta, TikTok und so weiter. Erlebst du denn da, dass mehr junge Leute aufwachen, dass mehr junge Leute sich für patriotische Politik begeistern? Definitiv, also gerade in den sozialen Medien bekommen wir unglaublich viele Rückmeldungen, auch immer mehr Leute, die, selbst wenn sie noch gar kein Parteimitglied oder kein Mitglied der jungen Alternative sind, die auch schon sehr regierungskritische Videos online stellen, da gibt es unzählige Blogger auch aus dem politischen Vorfeld, die man hier nennen könnte und das halte ich für elementar, auch für das Fortkommen dieser gesamten Bewegung. Ich sehe auch immer häufiger in meinen Direktnachrichten, zum Beispiel auf Instagram, dass mich Schüler anschreiben und das finde ich besonders spannend, denn man weiß ja, was in den Schulen los ist und wie dort eben auch Aufklärungsarbeit gegen uns betrieben wird und massiv vorangetrieben wird von den Lehrern, die ja eigentlich da eher eine neutrale Haltung einnehmen sollten. Das zieht bei den Schülern mehrheitlich nicht. Also die werden eher neugierig, vielleicht auch ein bisschen rebellisch, was ja gar nicht schlecht ist und suchen sich ihre Informationen selbst zusammen. Die schreiben mir dann Nachrichten und fragen mich, Mensch, mein Lehrer hat das und das gesagt, stimmt das, kannst du mir dazu was sagen, wo finde ich das im Parteiprogramm, kann ich das mal nachlesen? Und wenn man darauf dann auch reagiert und denen eine freundliche Antwort gibt, dann sind die total aufgeschlossen und freuen sich auch richtig. Ja, sehr gut. Gutes Zeichen. Ich habe den Parteitag erwähnt in Jüterbock, da gab es noch einen zweiten Beschluss und zwar hat man für das Wahlprogramm ein Remigrationsprogramm 2029 beschlossen. Der Begriff Remigration, der ist ja nach der Potsdam-Geschichte in aller Munde. Was, also, wie sieht dieses Remigrationsprogramm konkret aus? Was haben Sie da geplant? Na, das ist ganz klar, dass wir sagen, es sind ja Millionen Menschen ins Land gekommen unter dem Vorwand, muss man schon sagen, Asyl zu suchen. Zum Teil eben oder auch Asyl zu suchen oder zum Teil eben auch als Kriegsflüchtlinge. Und wenn diese Menschen einen Aufenthaltstitel bekommen haben, dann ist es eine auf Zeit. Also Asylrecht, Fluchtgründe, also die Politiker wollen wir mal klarstellen. Asyl haben die gesagt, dann wird eben unterschieden, politisches Asyl, wofür das Grundgesetz ja eigentlich gemacht wurde mit dem Asylrecht, bekommen weniger als ein Prozent. Wenn es nur um politisches Asyl ging, hätten wir de facto kein Migrationsproblem. Das Problem ist, dass es eben ausgeweitet wurde für Kriegsflüchtlinge, für alle Arten von Fluchtursachen. Das ist dann ein größerer Teil, vielleicht die Hälfte von denen. Und dass alle anderen, für die überhaupt nichts vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für überhaupt keinen Bleibegrund festgestellt wurden, trotzdem im Land bleiben. So, und da kommen wir eben auf Millionen. Und da müssen wir sagen, das geht so nicht weiter. Das überfordert uns finanziell. Also, da gibt es ja Zahlen von den hessischen Kommunalverbänden, die der Brandenburger Städte- und Gemeindebund bestätigt hat. Da kostet ein Asylant 45.000 Euro im Jahr. So, minderjährige Kosten noch mehr. Da kann man sich mal ausrechnen, was das dann macht. Ein Teil von denen arbeitet dann später, werden die Kosten sinken, aber dafür kommen immer wieder neue nach. Also, die Kosten sind immens, das überfordert uns. Das überfordert uns ja auch von der Infrastruktur. Wir haben einen enormen Wohnungsmangel, nicht nur wegen der Unfähigkeit der Ampelpolitik und der hohen Energiepreise, sondern auch einfach, weil Millionen Menschen ins Land gekommen sind und entsprechend die Wohnungen nachgebaut wurden. Wissen ja alle, die eine Wohnung suchen, wie katastrophal die Zustände sind, auch in Brandenburg. Und wir haben natürlich das, was du am Anfang gesagt hast, dieses immense Problem, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt kaputt geht. Stündliche Messerattacken. Zwei Gruppenvergewaltigungen pro Tag in Deutschland. Als ich jung war, gab es sowas gar nicht. Sowas gab es überhaupt nicht. Die anderen jungen Männer hätten, also wenn es sich da drei oder vier zu einer Gruppenvergewaltigung zusammengefunden hätten, die hätten die totgeschlagen. Die wären geächtet worden. Das wäre undenkbar. Was sich da in ein, zwei Generationen geändert hat, in wenigen Jahren, ist unglaublich. Und das sind also Zustände, die wir nicht wollen und die beendet werden müssen. Und die müssen auch dadurch beendet werden, dass wir jetzt endlich mal die Gesetze einhalten, damit anzufangen, die Gesetze einzuhalten und diejenigen, die kein Aufenthaltsrecht haben, wieder aus dem Land schicken. Das ist das Mindeste. Also, dass wir einfach gesetzestreu werden. Diejenigen, die, es gibt ja sogenannte vollziehbare Ausreisepflichtige, zu Tausenden, zu Hunderttausenden in Deutschland, dass die als erstes mal aus dem Land kommen. Dann haben wir die anderthalb Millionen Ukrainer. Na, wir denken schon und hoffen schon, dass da bald auch endgültig Frieden in der Ukraine ist. Außerdem ist der größte Teil des Landes der Ukraine kein Kriegsgebiet. Es gibt also keinen Grund, anderthalb Millionen Ukrainer hier in Deutschland zu haben. Dass man dann auch sagt, wenn es diese Gründe nicht gibt, müssen diese Menschen zurückgehen. Das betrifft die Menschen aus dem Irak, aus Syrien und anderswo. Dann gibt es ja Menschen, die gekommen sind, weil angeblich Krieg, weil Krieg war oder angeblich Krieg war und wo kein Krieg ist und wo Menschen in den Urlaub zurückfahren können. Da haben die das Land wieder zu verlassen. Asyl ist ja nicht Einwanderung. Das wird ja systematisch vermengt von denjenigen, die jetzt regieren. Aber das ist was ganz anderes. Asyl bedeutet, ich gebe Menschen, die in Not sind, auf Zeit Unterkunft. Ich gebe ihnen Unterkunft und Nahrung und Gut ist und wenn die Zeit vorbei ist, gehen sie wieder zurück. Und da müssen wir wieder hinkommen, weil diese Zuwanderung in ihrem Ausmaß und in ihrer Zusammensetzung uns überfordert und unser Leben und unser Land zerstört. Und wenn wir unser Land nicht zerstört haben wollen, dann müssen wir das ändern. Und der Rückkehrprozess heißt übersetzt Remigration. Also für Sie eine ganz klare Rückführung. Daniel Neulich war Björn Höcke im TV-Duell bei Welt TV und hat da eine fast schon abenteuerliche Interpretation von Remigration gehabt. Nämlich hat er erklärt, dass es darum geht, Deutsche zurückzugewinnen, die ins Ausland gegangen sind, dass sie zurückkehren in ihrer Heimat nach Deutschland. Was ja Remigration ursprünglich, also was zumindest nicht der Kern dieses Begriffs ist. Jetzt warst du neulich beim Heimatkurier in einem Podcast und hast da gesprochen über einen möglichen innerparteilichen Trendwechsel, dass man also zunächst sehr stabil zu diesem Begriff gestanden hat, wie es die AfD Brandenburg jetzt auch gemacht hat, dass aber möglicherweise mittlerweile diese Interpretation sehr defensiv geworden ist. Das heißt, dass da ein gewisses Abrücken von diesem Remigrationsbegriff zu beobachten ist. Kannst du das vielleicht nochmal näher ausführen? Ja, also um da vielleicht nochmal so einen kleinen Stich aufzusetzen, also das Remigrationsprogramm der AfD in Brandenburg unterscheide sich ja dann schon sehr deutlich von dem Positionspapier, was der Bundesvorstand herausgebracht hat. Also wo der Bundesvorstand in Zusammenarbeit mit dem entsprechenden Bundesfachausschuss ja gesagt hat, dass Remigration nichts anderes bedeuten würde, als die Rückführung von knapp 300.000 ausreisepflichtigen Ausländern. Und da muss ich sagen, wirklich, also Kinder, das ist eigentlich jetzt nicht so, was der Markenkern einer migrationskritischen Partei sein sollte. Ja, also das, wenn wir uns halt auch Migration oder auch die multikulturelle Gesellschaft als Problemfall betrachten, die ja mit vielen Problemen verbunden ist, die jetzt eben gerade schon alle geschildert wurden und was ja auch alles wissenschaftlich nachvollziehbar ist, in verschiedenen Studien von Paul Collier, Robert Putnam, die ja schon alle beschrieben haben, dass ethnische Diversität und kulturelle Diversität nicht unbedingt jetzt ein Qualitätskriterium ist, sondern auch Misstrauensgesellschaften herausbildet. Das ist ja hingänglich in verschiedenen amerikanischen Studien dargelegt. und das überhaupt als Problem anzuerkennen und auch politisch dann zu thematisieren, ist ja schon mal der erste Schritt, aus dem dann die entsprechende Konsequenz folgen muss, dann auch eine Politik der Remigration zu fordern. Das Problem, und das habe ich auch in dem Podcast gesagt, was ich sehe, und da hat aus meiner Sicht sowohl die AfD, als auch das Vorfeld leider ein bisschen versäumt, dass der Begriff Remigration ausschließlich mit Abschiebungen gleichgesetzt wird. Und das muss man aus meiner Sicht richtig stellen, dass Remigration eben ein Bündel an Maßnahmen ist. Also wenn wir Migration überhaupt erstmal als ein soziales Phänomen anerkennen, dann beginnt das ja schon eben in den Herkunftsländern, wo die Migranten herkommen, dass dort schon entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Ich kann es vielleicht sagen, die Identitäre Bewegung hat letztes Jahr im März, glaube ich, zum Beispiel eine Aktion gemacht, in dem Werbeflächen von Großplakaten in afrikanischen Ländern gebucht wurden mit You will not make Europe your home. Und das war keine Aktion, also wir werden da sicherlich niemanden jetzt abgehalten davon haben, aber es sind natürlich Sachen, die eine Bundesregierung in einem viel größeren Maßstab mit deutlich mehr finanziellen Mitteln im großen Stil fahren könnte und dort auch Aufklärungsmaßnahmen mit Radiospots, Fernsehspots in diesen Ländern eben betreiben könnte. Anstelle von Radwegen in Peru. Absolut. Oder irgendwelche gen-sensiblen Seminare in Nigeria oder sowas. Also da sieht man dann eben deutlich, dass es Maßnahmen gibt, die nicht nur immer in diesem, mich stört das auch langsam so ein bisschen dieses Meme, immer nur dieses Flugzeug darstellen, weil dadurch entstehen zwei Missverständnisse, glaube ich, in diesem Remigrationsbegriff. Das eine Missverständnis ist halt dann so eher der zurückhaltende Weg, die halt sagen, ja das geht ja nur um Abschiebungen, also das heißt rechtsstaatlich gesehen sind halt nur knapp 300.000 ausreisepflichtige Ausländer, die wir halt abschieben müssen. So und dann gibt es aber auch den anderen Bereich, ja das ist halt so ein bisschen in diesen Twitter-Blasen sieht man das auch, Leute, die halt sich völlig entfernt von irgendwelchen rechtsstaatlichen Prinzipien haben, die halt sagen, ja hier müssen halt mehrere Millionen Ausländer alle sofort raus und jeder, der jetzt nicht irgendwie eine Abstammungslinie von mindestens vier Generationen deutscher Eltern nachzuweisen hat oder so, der muss halt irgendwie raus. Ist ja auch Blödsinn. Ja, hat auch niemand von der AfD gefordert und dass man dahingehend und da sehe ich jetzt auch eine große Aufgabe, die das Vorfeld leisten muss, als aber auch die AfD in der programmatischen und theoretischen Arbeit, dass dieser Begriff eben nicht nur allein auf Abschiebungen verengt wird und dann haben wir halt auch nicht diese beiden unterschiedlichen Pole, die ja dann auch zu viel inhaltlichen Blödsinn führen, leider Gottes. Wie sehen Sie das? Also ist der Begriff Remigration zu schwammig insgesamt? Nein, übrigens ich will bei den auch Björn Höcke da recht geben. Wir haben ja auch als Fraktionsvorsitzender Ost ziemlich kurz nach dem Korrektiv, nach dem bekannt werden ist Korrektivkomplotts Erklärung dazu gemacht zur Remigration und uns war schon bewusst, auch bei unserer Potsdamer Erklärung vor einem Jahr, dass auch die Remigration von Deutschen, die ins Ausland gegangen sind, nämlich von Fachkräften, wünschenswert ist, damit wir wieder Fachkräfte bekommen. Also das ist schon ein Element auch immer gewesen der Diskussion, aber natürlich nicht so nicht das Dominierende, das muss man schon zugeben. Und ich glaube, Daniel Fiss hat das schon sehr gut gesagt, also mir war jetzt nochmal vorhin wichtig, der Aspekt, ja, also Remigration bedeutet eben auch zu unterstützen, dass dann Menschen, die sich in Europa nicht wohlfühlen, weil sie eine andere Kultur und Tradition haben und eine andere Lebensweise bevorzugen, Unterstützung kriegen, wenn sie wieder zurück in die Gegenden gehen, wo sie so leben können, wie sie es gewohnt sind und wie sie es bevorzugen. Also muss ja nicht jeder das gut finden, wie wir in Europa leben. Wir finden es gut und wollen so weiterleben, aber es muss ja nicht jeden so betreffen und wenn es da Leute gibt, die sich ja eigentlich im Prinzip nicht wohlfühlen, dann sollte man ihnen auch dabei helfen, zurückzukehren und da sollte man Möglichkeiten schaffen. Also insofern ist Remigration hat auch durchaus was Aktives, aber mir war eben auch der Punkt nochmal wichtig, dass ein Großteil der Menschen, die jetzt unter Berufung auf das Asylrecht auch in Deutschland sind, eben wirklich nur Aufenthalt auf Zeit haben und dass man das einfach noch berücksichtigt und wie ist die Situation, gibt es in Afghanistan noch Krieg, gibt es den Irakkrieg, so und wenn nicht, warum haben wir so viele Iraker und Afghanen hier? Wo ist da der Grund? Das Zauberwort ist ja dieser subsidiäre Schutz, unter dem halt dann alle stehen. Ja, ja, aber richtig. Ja und dann, aber auch uns, dass dann ja zum Vorwurf gemacht wird, ja Millionen, dann würden ja auch deutsche Staatsbürger abgeschoben werden und ähnliches. Also aber dieser subsidiäre Schutz, wo man übrigens auch sehr schwer Zahlen findet im Netz, ich wollte mich darüber letztens nämlich mal informieren und dann findet man da ganz unterschiedliche Angaben zu, dass das halt wirklich so eine Eintrittskarte auch ist, um hier im Land eben zu bleiben. Aber selbst der wird, Daniel, der wird auch nur befristet gegeben. Das sind ja diese Kategorien, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gegeben werden und dann, wenn man da nicht als Flüchtling anerkannt ist, ist man subsidiär und andere kriegen gar nichts. Und alle bleiben sie. Und alle bleiben sie, alle bleiben sie auf Dauer und das muss geändert werden. Also das ist vollkommen klar. Insofern hat es auch seine Richtigkeit zu sagen, wir würden schon einen Großteil von Re-Migration auf den Weg bringen, wenn wir nur einmal die eigenen Gesetze einhalten würden und müssten. Dass man darüber hinaus natürlich noch zu tun hat, also da hast du in den Ursachen gesprochen, Matteo Salvinia damals, als er Innenminister war, in Italien gezeigt, dass man die Schlepperei auf dem Mittelmeer durchaus wirkungsvoll bekämpfen kann, wenn man will. So und das wäre natürlich auch etwas, was wir, wenn wir irgendwo was zu sagen haben. Versucht er übrigens auch, wenn man sehr viel an Meloni kritisieren kann, versucht Meloni das ja zum Beispiel auch gerade mit Maßnahmen wie, dass beispielsweise die Schiffe keine Einlaufgenehmigung mehr in bestimmte Häfen bekommen, aber dafür in andere, die deutlich weiter entfernt sind, damit die halt weniger Sprit haben, öfter auftanken müssen und ähnliches. Also es gibt sehr viele kreative Maßnahmen für die Re-Migration, die man nicht nur darin sehen muss und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass wir, dass unsere Gegner natürlich erst mal einen Stich gesetzt haben nach dieser Korrektivrecherche, die ja im Endeffekt ein Theaterstück gewesen ist, in dem sie das umgeframed haben zu Deportationsplänen der AfD. Dass es aber sehr wichtig ist, dass man eben zeigt, okay, und da auch den Bürgern so ein bisschen die Angst zu nehmen, natürlich sind auch Abschiebungen, die rechtsstaatlich durchgesetzt werden müssen, mit bestimmten Härten verbunden. Da muss man sich sicherlich gar nichts vormachen, aber dass man halt die Re-Migration nicht ausschließlich darauf beschränkt, dass halt irgendwie morgens die Polizei an der Tür klopft und die Familie in den Flieger gesteckt wird oder ähnliches, sondern dass wir wirklich nachvollziehbare Maßnahmen darstellen müssen und auch einfach eine gewisse inhaltliche Grundierung einfach da drin sein muss. Und gerade in diesem Kernthema, was die AfD hat, Migrationspolitik, ist es dann eben enorm wichtig, da halt nicht nur sich auf ein paar wenige Punkte zu beschränken und ein paar Floskeln oder ein paar Parolen oder ähnliches, sondern da erwarte ich mir dann schon auch, und da nochmal so die kleine Kritik vielleicht daran angeschlossen, dass ein Bundesfachausschuss Migration in der AfD dann ein paar mehr Lösungsvorschläge auch anbietet. Ja, ich meine klar, das Papier ist auch ein bisschen länger noch an einigen Stellen, aber es gibt ja sehr viele kreative Möglichkeiten, politische Maßnahmen, Policies, die auch international angewendet werden. Ja, wenn man jetzt das japanische Modell sieht, die dänischen Ghetto-Gesetze zum Beispiel, wie Ungarn seine Migrationspolitik betreibt, Israel und ähnliches. Also die Beispiele haben wir alle auf der Hand. Es muss halt nur zusammengefasst werden und auch in den Diskurs getragen werden. Aber vielleicht, bevor wir das Thema jetzt verlassen, das muss man ganz deutlich sagen. Also dieses Deportation, das Wort Deportation war von Anfang an eine Lüge. Und diese Lüge wird bis heute übrigens, also hier von uns, Stübken, Woidke und so, die reden bis heute von Deportation, obwohl ja nachgewiesen, dass es Potsdam niemand von Deportation gesprochen hat. Und die richtet sich auch nicht gegen integrierte Ausländer, die jetzt hier, weiß ich was da, die Pizzeria betreiben oder sonst was. Und im Gegenteil, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, wirst du noch besser sagen können, Marie. Ausländer, die seit vielen Jahren in Deutschland leben und sozusagen von ihrer Arbeit leben, die sind ja viel entschieden an ihren Forderungen zum Umgang mit denjenigen, die kommen, als wir es sind. Vollkommen richtig. Also wir sind dann die Stimme auch derjenigen, der Ausländer, die integriert sind, sind wir eher mit unserer Forderung nach Remigration, sind wir die Stimme von integrierten Ausländern. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Da kann ich dir voll und ganz zustimmen, denn es ist ja auch so, dass die Leute, die gut integriert sind, die fleißig sind, die hier arbeiten, die ersten Leidtragenden mit sind. Sie werden mehr oder weniger natürlich aufgrund der vielen schlechten Erfahrungen, die man macht, dann auch mit diesen Leuten in einen Topf geworfen und haben dann selber mit Vorurteilen zu kämpfen und das ist ein ganz natürlicher Prozess, aber es ist natürlich sehr schade, denn wir schätzen ja diese Leute auch und wir sind auch froh, dass wir die hier haben und dass sie sich so in die Gesellschaft integrieren. Also ist auch unter diesem Aspekt natürlich besonders wichtig, dass man schaut, wer kommt hierher? Sind das Fachkräfte, sind das Leute, die die Sprache lernen wollen, die sich auch kulturell integrieren wollen, die unsere Rechte und Gesetze anerkennen, denn das passiert eben zahlreich nicht. Abschließend, Blick in die Zukunft. Marie, was erhoffst du dir vom Jahr 2024? Natürlich erhoffe ich mir Wahlsiege, am besten in Thüringen, Brandenburg und auch in Sachsen und ich blicke da ganz zuversichtlich drauf, auch auf die EU-Wahl, die ja ansteht, dass wir da viele, viele Leute von der AfD in die Parlamente kriegen und dann auch wirklich eine Hausmacht haben und dort was verändern können. Daniel, drei Erfolgstipps für die Partei? Drei Erfolgstipps? Also ich kriege jetzt auch die Frage, was ich mir erhoffe und dann hätte ich mir natürlich erhofft, dass ich eine Einladung vom kommenden Ministerpräsidenten Christoph Berndt in die Staatskanzlei dann bekomme. Versprochen. Nein, also drei Tipps. Also das, was ich vorhin schon gesagt hatte, ich glaube, diese Konsolidierung ist jetzt sehr wichtig für die Partei einerseits. Das Bild nochmal, die Frischhaltefolie, das Wählerpotenzial, was man jetzt eben hat, auch dann wirklich zu halten. Gleichzeitig eben auch einen gewissen Ausbau zu betreiben, also das heißt, der vor allem lokal stattfinden muss, um eben Mitgliedergewinnung auch voranzutreiben, Strukturen aufzubauen. Und ein dritter Punkt vielleicht, den man vielleicht auch noch so ein bisschen darstellen könnte, was die Vorfeldunterstützung angeht. Es gibt ein schönes Buch, was ich vor kurzem gelesen habe, The Populist Delusion, wo sehr interessant beschrieben wird, dass die populistischen Bewegungen, also ich verwende den Begriff meistens immer recht positiv, immer ein Problem hatten. Und auch die Trump-Administration zum Beispiel daran gescheitert ist oder auch Salvini teilweise daran gescheitert ist. Was in erster Linie daran liegt, dass man gesellschaftliche Schichten mobilisieren konnte, die deklassiert wurden, die auch gewissermaßen entrechtet wurden, die auch einfach einen gewissen schwächeren sozialen Status haben und gleichzeitig aber nie einen Zugriff auf andere weitere Milieus stattgefunden hat. Also dass es halt keinen gewissen intellektuellen Unterbau auch für eine Partei gab, dass vor allem in den Großstädten, wo natürlich einfach so die Ressourcen und Munitionszentren der linksliberalen Hegemonie einfach vorhanden sind in den Theatern, in den Schulen, in den Universitäten, dass da die populistischen Parteien immer nur einen schweren Zugriff drauf hatten. Und das wird auch weiterhin eine Mammutaufgabe bleiben. Ja, und ich glaube, dass die ersten großen Wahlerfolge der AfD in den Parlamenten schneller stattfinden, als die ersten Studentenhofwahlen oder ähnliches, also da müssen wir, aber dass trotzdem dieser Weg geduldig beschritten wird und dass er auch als Zielmarke festgestellt wird. Also dass das wichtig ist, dort eben gesellschaftliche Entscheidungsträger zu gewinnen, dass man auch die... Also ein bisschen die 68er als Vorbild und Weg durch die Institutionen. Genau, also es ist ja das Interessante, es gibt auch so einzelne Studien, wie die Wählerschaft der Grünen in den Anfangsjahren zusammengestellt war. Da wird dann so beschrieben, dass da die hauptsächlich aus Arbeitslosen bestanden, was dann aber so ein bisschen eine statistische Verzerrung war, weil die Arbeitslosen, das waren halt die Studenten gewesen, die noch nicht gearbeitet haben, die dann aber später, wie wir es heute ja wissen, dann die Beamtenapparate, die Bildungsapparate, die Medienapparate und ähnliches besetzt haben. Ja, wir haben diese Statistiken von 60 Prozent Grünwähler unter den ARD-Volontären. Und daran sieht man eben sehr deutlich, dass wir zwar die Masse haben, ja, und auch die Masse auf der Straße, an den Wahluhren mobilisieren und gewinnen können, die Meinungsführerschaft aber über die Medien weiterhin transportiert wird. Und deswegen ist es enorm wichtig, auch diese alternativen Medien wie Kompakt oder auch andere Zeitschriften, Sendungen, Podcasts und ähnliches zu unterstützen, um da eben auch einen Gegenpol darzustellen und den auch eben auszubauen. Herr Berndt, dann Sie die letzte Frage. Wenn Sie einziehen in die Potsdamer Staatskanzlei als Ministerpräsident, was wäre Ihre erste Amtshandlung? Die erste Amtshandlung wäre, eine Rede zu halten an die Brandenburg und sagen, es gibt Grund zur Hoffnung. Die schlimmsten Zeiten sind vorbei. Ich fordere alle diejenigen auf, die in der inneren Immigration waren, die die Hoffnung aufgegeben haben auf Besserung, kommt, macht mit und die von außerhalb von Brandenburg kommt her und helft mit. Denn das ist, glaube ich, da schließe ich an, was Daniel Fisk gesagt hat. Entscheidend ist am Ende, dass wir auch den ideellen Umschwung schaffen, dass wir ein anderes Denken ins Land bekommen, dass wir wegkommen von der Verachtung des eigenen, dass wir wegkommen von der Resignation, wegkommen von der Depression, sondern wirklich an uns selber glauben und mit diesem Enthusiasmus dann ans Werk gehen. Und wenn uns das gelingt, also das ist das Entscheidende, wenn uns das gelingt, wird Europa und wird Deutschland wieder eine Zukunft haben. Aber das müssen wir erreichen und das müssen wir auch in einer konkreten Politik erreichen. Und dafür müssen wir wirklich viel Begeisterung wecken. Und das wäre das allererste, was man versuchen müsste, wirklich die Begeisterung zu wecken und die Leute aus und noch mehr Leute aus der Lethargie zu holen. Sehr, sehr schönes Schlusswort. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten. Falls Ihr Interesse geweckt worden ist, dieses Spezialmagazin gibt es zu bestellen unter kompakt-shop.de. Gerne zuschlagen, ist noch auf Lager. Und ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann in der nächsten Sendung. Vielen Dank an die Runde. Schön, dass ihr alle da wart. War sehr interessant. Gerne wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020